Hallo und willkommen zurück zu Kermals Space Programm. Hier in der Talkrakete, die Talkrakete, nein, wir sind natürlich in der Talkrakete, mit meinem Gast, dem Egonson. Hallo! Wir befinden uns gerade auf einer Rettungsmission, nachdem wir mit unserem Spinnenfahrzeug die Mannoberfläche runtergelaufen sind. Mhm. Versuchen wir jetzt natürlich nur noch unsere Kermals nach Hause zu bringen. Schlägst du gerade auf Körbin ein, oder? Ähm, nee, ich habe mich quasi vom Mann wegkatapultiert. Ja. Man muss mir bedenken, der Mann, der dreht sich anti-clockwise, also gegen den Uhrzeigersinn. Und darum ist meine Escape-Bahn vom Mann auch halt so einmal so rum. Ja. Und nicht, wie zum Beispiel vom Körbin, andersrum. Ich kann es gerade nicht in Worten wirklich erklären. Ähm, aber ich denke mal, das Manöver wird klar gewesen sein. Der Mann hat keine Eigenrotation. Wie unser Mond ja auch nicht, denke ich mal. Das können wir ja nachgucken. Ich weiß es gerade nicht. Ich will nichts Falsches sagen. Bei Körbin ist ja irgendwie alles anders. Aber ich kriege es auch nicht als Target gesetzt. Ich kann es dir nicht sagen, ich kriege ihn nicht als Target rein. Ist okay. Aber ich würde eigentlich mal sagen, nee, wäre Quatsch. Ja. So, aber jetzt haben wir uns von Körbin einfangen lassen und befinden uns auf einem Rettungskurs. Das haben auch noch 700 Delta-Velocity übrig. Das heißt, wir können uns gleich noch ein bisschen abbremsen. Mhm. Du hast die letzte Folge damit beendet, dass du noch eine große gesellschaftliche Frage stellen wolltest, glaube ich. Richtig. Und ich würde dich jetzt persönlich auch so einschätzen, halt etwas sozial engagierter, also halt gesellschaftlich interessierter. Nicht nur so nach dem Motto, ich bin mir selbst der Nächste. Ja, da hast du recht. Und da habe ich aus meinem Bebo-Feld immer ein interessanter Begriff. Das nennt sich Entschleunigen. Mhm. Ich finde diesen Begriff total dämlich. Aber ich sage mal, wie siehst du denn persönlich die aktuelle gesellschaftliche Entwicklung? Zum Beispiel jetzt gerade mit dem großen Spionageskandal, mit dem Snowden und sonst alles. Also den Begriff Entschleunigen benutze ich selbst auch nie. Ich weiß auch gar nicht, was er unbedingt ausdrücken will. Also der würde ja, impliziert ja, dass die Gesellschaft unglaublich schnell ist, also dass das Leben unglaublich schnell ist. Ich bin jemand, der sagt, ich glaube, es war seit der Industrialisierung zumindest auf jeden Fall schon immer so. Klar leben wir nicht mehr auf dem Bauernhof, stehen auf in der Haarenkret, gehen aufs Welt und haben das gut. Sondern haben halt feste Arbeitszeiten, feste Bürozeiten, feste Zeiten zum Einkaufen und so weiter und so fort. Ich glaube nicht, dass das Leben unbedingt viel schneller vonstatten geht. Klar ist es zum Beispiel mit der Informationsübertragung, die ist ja im Moment, also wirklich gerade jetzt eben, um Twitter wieder zu benutzen, instant mehr oder weniger. Also das ist ja wirklich dann komplett neu in der Menschheitsgeschichte. Aber unser Alltagsleben ist deswegen ja nicht unbedingt schneller. Die Informationsübertragung, klar. Aber wir rennen ja deswegen nicht schneller durch die Stadt. Klar kommen auch mehr Eindrücke und so weiter. Aber ja, entschleunigen, was soll das bedeuten? Also, dass man sich von dieser beschleunigten Welt frei macht und mal ein bisschen relaxed? Ja. Mache ich. So gesehen wäre ich dann entschleunigt, ja. Aber nicht bewusst, nicht weil ich aktiv gegen diesen unglaublichen Alltagsstress entgegenwirken würde. Ja. Ja. War das deine Frage? Ja, das ist ein sehr philosophisches Thema. Ich denke mal, da gibt es wie allzu oft keine konkrete Antwort drauf. Aber ja, das war meine Frage. Sehr gut. Wie siehst du das denn? Also, wie kamst du denn auf die Frage? Ist das etwas, was dich beschäftigt? Ähm, ja, das beschäftigt mich natürlich aus meiner aktuellen Situation raus. Ähm, das ist einfach so, man sieht, es wird immer alles schneller, ähm, es wird überall nur noch auf Leistung gepocht, beziehungsweise, ja, eigentlich schon fast gar nicht mehr Leistung, eher nach, ähm, nach Sympathie, sage ich jetzt mal. Das passt eigentlich fast besser, ähm, ich bin heute in der Arbeitswelt, äh, Leistung bringt dir noch gar nichts, äh, du kannst scheiße sein, aber wenn der Chef dich mag, dann hast du eigentlich auch schon gewonnen. Ja, ja, ja. Und, äh, ja, so bin ich da drauf gekommen. Weil ich merke ja auch gerade, ich komme jetzt ja dadurch, dass ich halt wieder jetzt bald Schüler bin und, ähm, in der Zeit halt auch auf staatliche Hilfen angewiesen bin, erlebe ich halt gerade selber, was es halt heißt, in so ein, äh, Konstrukt reinzukommen. Mhm. Und das ist, das ist wirklich schlimm. Also, ich bezeichne, das ist Schikane. Mehr ist das eigentlich gar nicht. Also, das ist wirklich, äh, traurig. Ähm, ich habe da auch gar nicht die richtigen Worte für, also. Nee, also es geht ja, äh, denke ich mal darum, dass, äh, wenn du jetzt in dieser Zeit zwischen, äh, bis du mit der Schule anfangen kannst, weiß nicht, ob du dann BAföG-berechtigt bist? Ähm, jein, ähm, weil ich halt schon ein bisschen älter bin, ich würde es wahrscheinlich kriegen, aber ich möchte halt die Schulzeit mit der Grundsicherung durchziehen. Mhm. Ähm, weil ich glaube, da tut sich nicht viel im Endeffekt. Ja. Aber da ich halt ein anschließendes Studium anstrebe, ähm, möchte ich mich halt nicht so in den extremen Schuldenberg reinbegeben, weil ich halt das Studium dann mit BAföG nach Möglichkeit bestreiten möchte. Ja. So, wir nähern uns Körben. Mhm. Ich, äh, bremse gerade mal ab mit allem, was wir noch haben. Mhm. Äh, äh, ist das die Erde? Ähm, nein, das ist nicht die Erde. Ah, ich dachte, das wäre ein Ort. Ich benutze nur ein Mod, die nennt sich Universe Replacer. Okay. Ähm, die sorgt dafür, dass man die Texturen auswechseln kann. Ah ja. Auch wenn die gerade auf merkwürdigste Art und Weise flackern, aber hier geht's jetzt. Mhm. Zum Beispiel, du siehst auch hier die Skybox, also der Weltraum. Das, das ist tatsächlich, das sind NASA-Bilder. Ah. Also die ganzen Sterne, das sind, das ist bei uns. Ähm. Hammer. Und die Planeten, so wie einige Monde, sehen halt auch anders aus. Wie halt zum Beispiel hier dieses richtig schicke Körben. Jaja, es sieht besser aus als im Original auf jeden Fall. Genau, auch wenn das hier gerade diesen sehr merkwürdigen Grafikeffekt gibt. So, die Tanks sind leer. Dann gucken wir mal, ob das Staging noch funktioniert. So, dann bringe ich uns gerade mal von den Tanks weg. Das geht zum Beispiel auch sehr gut mit den RC-Trustern. Okay. So, ähm. Das große Beiwerk behalte ich noch ein paar Minuten dran, denn da hängen nämlich, da hängen meine Batterieblöcke dran. So wie, ähm, obwohl ich hab Solarzellen oben drauf. Ja, das ist kein Problem. Ähm. Dann dische ich jetzt das Ding auch einmal. Na? Wollt ihr nicht? Jetzt aber. So. Das heißt, wir sind nur noch in der Kapsel jetzt drin. Und, äh. Haben noch den Fallschirm oben drauf. Haben den Fallschirm oben drauf und ein paar Solarzellen und rasen auf Körbenstrum. Ich hab letztens gehört, dass Astronauten im Weltraum nicht das Gefühl von freiem Schweben hätten, sondern wirklich das Gefühl von freiem Fallen. Weil sie ja tatsächlich im Fallen sind. Und ich kann mir das noch ganz schwer vorstellen. Ich dachte immer, das wäre so wie halt unter Wasser, wie wenn du auf der Erde schweben würdest. Aber anscheinend ist es ein dauerndes Gefühl von einem freien Fall. Absolut interessant. Ja. Also du hast natürlich nicht den Wind, der dir da ins Gesicht bläst, aber dein Körper sagt dir, wir fallen gerade. Ja. Ja. Ich kann dir auch gerade sagen, das, was ich hier gerade veranstalte, das würde kein Astronaut überleben. Ja, wir kommen da viel zu steil in die Atmosphäre. Nicht nur das, auch viel zu schnell. Da jagen gleich so extreme G-Kräfte drauf. Ja. Ähm. Da ist am Ende nur noch Matsche. So. Ähm, ich hab bei dir auch gerade auf YouTube übrigens gesehen, ja, was heißt gerade, ähm, vor kurzem. Äh, dass du mit diesem, äh, ich weiß den Namen gerade nicht, aber mit dem Europa-Spiel angefangen hast. Ja, Europa-Universalis 4, ja. Ja, ich war auch immer überlegen, mir das zuzulegen. Ähm, wie gefällt dir es denn bis jetzt? Sehr gut, sehr gut. Also es ist ja, ähm, von demselben Hersteller wie Crusader Kings 2, ähm, weil ich ja auch schon gespielt hab. Und ich war bisher, ähm, totaler Geschichts, äh, ja, also mit Geschichte, gerade im Mittelalter, so hatte ich nicht viel zu tun. Ähm, aber, äh, diese Spiele haben dann unglaublich mein Interesse geweckt. Das ist das eine. Ja, und es ist ähnlich wie Civilization, mein Lieblingsspiel, was auch, äh, auf meinem Kanal praktisch jeden Tag eine Folge kommt. Nur mit viel mehr diplomatischen Möglichkeiten, mit diplomatischen Optionen, die du da hast. Ähm, und ich kann mir schon vorstellen, es ist halt so eins, was auch süchtig macht, und, äh, aber du musst halt wirklich dir von vornherein denken, dass eine Partie halt so auf 100 Stunden ausgelegt ist. Also du spielst da Tage dran. Okay. Aber es ist nicht so von wegen, ich muss jetzt fertig machen, sondern wirklich so, äh, was könnte ich spielen? Ah, Europa-Universal S4, dann spiel ich weiter. Weil halt gerade, ähm, ja, der, der einen Krieg läuft oder, oder zu Ende ist, ja. Also ich kann's empfehlen, ja. So, jetzt muss ich mal gerade hier Timing machen. Also unsere Carbonauten wären jetzt gerade offiziell zerquetscht worden. Die sind durch die Atmosphäre geschossen, äh, wie bescheuert. Da rechts vom, äh, Navball sind die G-Kräfte, ne? Genau. Ja, hallo und willkommen zurück zur Tork-Rakete. Ähm, wir sind nicht in Kerbin gecrasht. Nein, KSP ist gecrasht. Aber jetzt, äh, stürzen wir wieder Richtung Körbin zusammen mit Egonson. Ja, ich bin immer noch da. Und ich Time-Warpe da jetzt auch gerade mal ein bisschen runter. Wow. Jetzt sieht man auch, jetzt ist auch dieses elendige Flacker weg. Das ist auch schon mal ein gutes Zeichen. Mhm. So, da schrabbeln wir wieder an der Atmosphäre. Sind bei 15G angekommen. Boah. Und, äh, da überholt uns gerade irgendwas. Ja, ich bin mal gespannt, ähm, wenn die nächsten Updates rauskommen und sie dann, das eben mit implementieren, wenn das, die Sonde wird ja, glaube ich, auch verschmelzen, jetzt beim Eintritt in der Atmosphäre. Ja, auch da gibt's schon eine Mod-Firm. Ah, okay. Und die ist böse. Die ist wirklich böse. So, Fallschirm ist auf. Diesmal sind wir nicht abgestürzt. Und segeln gemütlich gen Boden. Ah. Während unsere Tanks interessanterweise aufgeschlagen sind, ohne kaputt zu gehen. Ach, ich dachte, die Sonde sind jetzt, äh, über dir und reißen den Fallschirm noch weg oder so. Ja, zum Glück haben wir sowas Schlimmes noch nicht eingebaut. Ja. Ähm, ich hab mich grad gefragt, äh, wegen der Gamescom. Ja, wir haben ja am Anfang dieser, in der, vor der ersten Folge, äh, drauf hingewiesen, dass es da Freikarten hier von dir gibt. Eine, richtig? Eine. Ja, eine. Nee, jeder, der noch keine Karte hat, meldet sich jetzt bei Selkalt. Er hat noch ein paar. Ja, gibt's ein paar, äh, ein paar, eine hab ich, genau. Ja. Ähm, genau. Und du hast gemeint, was bisher auf jeder Gamescom. Richtig. Ist, äh, ja. Krass. Guckst du dann? Touchdown. Es gab noch mal eine kleine Explosion beim Landen. Hui. Aber. Jeppe Dyer ist lebend rausgekommen. Bei seiner Intelligenz weiß er natürlich nicht, dass er jetzt wieder auf Kerwin ist und hat trotzdem seinen Raumanzug an. Aber stolz darf Jeppe Dyer nochmal die Fahne aufstellen zwischen dem halbgecrashten Schiff. Sehr schön. Ups. Damit auch jeder weiß, wer dieses Schiff gecrasht hat, ja. Und das ist die Crash-Site von, äh, Kerpolo 2. Sehr schön. So. Ja. Jetzt haben wir doch wieder einiges, äh, erlebt. Konnten unsere, ähm, Kerbonauten aber doch noch retten. Ja. Spaß hat's gemacht. Ähm, mir hat's auch sehr Spaß gemacht. Ja. Schade, dass es, äh, mit der Mondladung nicht so geklappt hat. Ähm. Das, 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 das war ja, das war ja Absicht. Das war ja geplant, dass wir wie ein Spindel, wie eine Spinne über die Oberfläche laufen. Genau, du hast ja diesen Punkt auf dem Mond schon vorher ausgeguckt, wusstest genau, ah ja, da ist die, die Neigung, die Steigung genau richtig, um diesen Effekt zu haben und bist da am Punkt gelandet. Selbstverständlich. Ja. Nach, nach, nach Kerbin Art. Genau. Ich hab's gesehen. Ja, ich, ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Mir hat's sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ja. Jetzt kannst du noch das letzte Wort haben. Oh, du kommst aber auch mit Dingen hier. Es muss ja jetzt sehr bedeutungsschwanger sein. Äh, nö, warum eigentlich? Ja, mir hat's auch Spaß gemacht. Danke fürs, äh, Einladen. Und ich hab heute viel von dir gelernt, vor allem, äh, was Mods angeht. Ich werd auf jeden Fall mal hier in der Beschreibung die ganzen Links durchgehen und schauen, was mir zusagt. Und auch mal im Forum vorbeischauen, vom, äh, Deutschen Körbeforum. Ich finde das höchstwahrscheinlich, wenn ich einfach danach Google, denk ich mal. Ja, das ist richtig. Okay, das heißt für mich als nächstes, dass ich meine Mod-Liste wieder auf den neuesten Stand bringen muss. Mhm. Okay. Das ist aber kein Problem. Ja. Gut. Ja, danke, dass du hier warst. Und dann wie immer, vielen Dank fürs Ansehen. Und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns schon. Ciao. 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 Ciao.